Norddeutscher Rundfunk 2021 Guten Abend Na? Wie ist die Freiheit? Ist gut? Man merkt es ja immer nicht, wenn man sie hat. Wahnsinnig fragil. Über Nacht ist sie ja weg unter Umständen. Lassen Sie uns doch mal die Freiheit genießen. Jetzt war sie gerade da. Haben sie es gemerkt? Und wenn man sieht, wie andere Menschen leben, dann musst du ja gar nicht bis Pakistan oder Afghanistan oder Tatschikistan oder Usbekistan oder Kasachstan oder Kurdistan oder oder Iran oder Irak oder Syrien oder Katar oder Jemen oder Saudi-Arabien oder Indien oder Bangladesch oder China oder Malaysia oder Philippinen oder Mali oder Mauretanien oder Kongo oder Sierra Leone oder Libyen oder Ägypten oder Amerika. Da reicht ja schon Griechenland und Spanien. Da springen die Leute aus dem Fenster wegen ihrer Hypothek und verkaufen ihre Nieren. Und wir hier, wir stellen uns die bange Frage, ob Wetten das noch zu retten ist. Satire-Festival. Als hätten wir im Land Satiremangel. Noch nie war die Menschheit so satt und so sicher wie jetzt gerade zwischen Genf und Stockholm. Und wir sind mittendrin. Besser wird es überhaupt nicht mehr. Das ist es jetzt. In den letzten drei Generationen haben wir alles abgefrühstückt, aber zum Glück wir. Wir haben es gehabt. Unsere Großeltern haben noch gefroren. Unsere Enkel werden wieder frieren. Es wird ein Zeitfenster geben, wo es kein Erdöl mehr gibt und das neue noch nicht da ist. Können Sie sich vorstellen, was dann hier los ist? Ich gebe Ihnen mal einen Moment, dass Sie sich das vorstellen können. Haben Sie es? Und trotzdem sind die Leute so scheiße drauf. Alle haben sie Burnout und Vernichtungsgefühle, Panikattacken. Alle haben eine kurze Lunte, Angstzustände. Junge Väter mit Restless Leg Syndrom. Die sind 30, die Jungs. Früher hieß es, die Alten kommen nicht mehr mit mit der schnellen Zeit. Mittlerweile sind die Jungen überfordert, die mitten im Saft stehen. Es wird immer jünger. Kinder haben Depressionen und können nicht mehr rückwärts laufen. Wo endet das? Mit dem Fötus, der Nägel kaut demnächst. Die kommen gestresst zur Welt. Ist doch nicht lustig. Mit 17 machen die heute Abi, die Kleinen. Mit 17? Warum? Menschen werden heute 90 und 100 Jahre alt. Wieso müssen die mit 17 aus der Schule raus sein? Um dann was zu machen? Nicht einmal die Wirtschaft kann mit ihnen was anfangen, die das offensichtlich zu verantworten hat, weil die mit sich selber noch nichts anfangen können. 17? Dann stehen die erstmal im Weg rum. Dann machen sie erstmal ein soziales Ja. Da fragst du dich doch dann, was das für Jahre davor gewesen sein müssen. Lass die doch mit 24 aus der Schule gehen. Ich verstehe das nicht. Oder mit 23? Wen interessiert es? Dann haben die ein praktisches Jahr. Dann machen sie ein soziales, meinetwegen. Ein Auslandsjahr, ein Orientierungsjahr. Und dann kriegen sie irgendeine Ahnung von dem, was die nächsten 100 Jahre auf sie zukommt. Ich verstehe das nicht. Wofür der ganze Stress? Und die Familien kollabieren. Mittlerweile kriegt man in der zweiten Klasse schon Förderunterricht, damit man irgendwie aufs Gymnasium kommt, weil Realschule ist schon nichts mehr. Die Familien stöhnen und ächzen und der Haussegen hängt schief wegen dieses Wahnsinnsdrucks, den wir gar nicht brauchen. Wie gesagt, die Bäume werden 100 Jahre alt mittlerweile und riesig groß. Und die Wurzeln dampft man auf Bonsai-Größe zusammen. Ich verstehe es nicht. 17? Die sind sogar zu klein, um in der WG einen Mietvertrag zu unterschreiben. Fuck! Mittlerweile gibt es ja Erstsemester-Elternabende. Ja! Das ist doch nicht lustig. Das ist doch eine gruselige Entwicklung. Ich weiß es von Freiburg, da habe ich es gehört. Beispielsweise, da haben sich tausende Eltern angemeldet zum Erstsemester-Elternabend. Tatsächlich. Und die wussten nicht, wo sie den abhalten sollten. Wissen sie, wo sie es gemacht haben zum Schluss? Im Fußballstadion. Tja. Im SC-Stadion. Was ist das denn? So, jetzt noch Fragen zum Schluss. Sagt der Stadionsprecher. Ja, bitte hinten in der Ostkurve. Dann kriegen die Eltern ein bengalisches Feuer am Eingang, damit sie sich melden können zum Schluss. Was ist das? Warum machen wir das? Wieso müssen Kinder immer noch um halb acht in der Schule sein? Warum? Warum? Die ersten zwei Stunden laufen die Lehrer und die Schüler Käsebleich wie Gespenster durch die Gänge. Kein Mensch hat Puls oder Blutdruck. Alle glotzen sich mit glasigen Augen an bis halb zehn. Kann ich mal ein Brot haben? Ich kacke gleich ab. Was für eine Ressourcenverschwendung. Das kann man sicher in ein Bruttoinlandsprodukt ausdrücken, was uns da jeden Tag an Energieflöten geht. Wie viele Verkehrsunfälle wir uns sparen könnten. Und gute Laune und so weiter. Was könnte man mit Lehrern und Schülern in der Schule alles anstellen, wenn man die Menschen nicht dauernd gegen ihren Biorhythmus rausprügeln würde? Die Eltern kotzen, die Lehrer kotzen, die Schüler kotzen. Aber wir haben's. So falsche Mantras auch. Frühaufstehen ist ne Tugend. Hä? Was ist das? Weil's die Preußen schon hatten. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Was? Der frühe Vogel fängt halt aber auch nur den frühen Wurm. Den späten Wurm kriegt der gar nicht mehr. Weil der dann schon längst im Unterzucker ist, der frühe Vogel. Der Tag ist doch voller Würmer. Ich fang meine Würmer jeden Abend um acht erst zum Beispiel. Sind hunderte Würmer jeden Abend da. Versteh ich nicht, so'n Quatsch. Die falschen Mantras. Frühe Vogel fängt den Wurm. Da find ich einen anderen Satz viel toller. Die zweite Maus kriegt den Käse. Ja. 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 Finde ich so schön. Ja. Finde ich so schön. Ja. Der Druck ist enorm. Da kommt nix bei raus. Am ersten Ferentag fliegen die Leute in Urlaub, weil sie panische Angst vor Langeweile haben. Das ist das letzte verbliebene Tabu offensichtlich. Langeweile. Wenn irgendwas auch nur droht langweilig zu werden, drehen viele am Kläppchen. Horror Vacui. Ja. Was denn? Am ersten Ferentag fliegen die weg. Aber vorher musst du noch die Bude aufräumen, damit's schön ist, wenn du wiederkommst. Bleib doch zu Hause, wenn's schön ist. Tja. Wahnsinnig. Frühbucher-Rabatt heißt die Pest. Frühbucher-Rabatt. Da weißt du dann schon im Januar, dass du am 17. Juli in Ferien fliegst. Da weißt du aber auch schon im Januar, dass du am 16. Juli die Bude aufräumen musst. Dann hast du Druck. Dann kommst du am letzten Ferientag wieder, am Abend des letzten Ferientags. Sonntagsabends landet der Flieger. Kommst nach Hause, stellst die Koffer ab und denkst, ach, ist eigentlich schön zu Hause. Schade, dass ich morgen wieder arbeiten muss. So schön aufgeräumt. Warum machen wir das? Ist das nur noch so ein Reflex, so ein Reiz-Reaktions-Ding? Ein Stress. Tibet-Trekking-Tour. Müssen mindestens zwei Dutzend Leute zusammenkommen. Musst du dich ein Jahr vorher anmelden, die zusammenkriegen irgendwie. Und Reisepässe neu und Visa und tralala. Und dann wird da hingeflogen. Zwischenstopf, weiß ich nicht, in Dubai. Dann in Kathmandu und dann wird da hochgeladet. 24 Mann hoch, bis an die Zähne bewaffnet, in Gore-Tex-Klamotten ausgerüstet, dass sie kaum mehr atmen können. Kommen sie auf 5000 Meter in so einem stillen Dörfchen an, wo so ein alter Mann seit 60 Jahren vor seinem Häuschen sitzt und so ein Geschirrtuch klöppelt. Und dann sagt man, guck mal, der hat die Ruhe weg. Bleib doch vor deiner eigenen Hütte sitzen und klöppel was. Meinst du, was für eine Ruhe du kriegst? Ich verstehe das nicht. Aber die Leute glauben an solche Dinge. Glauben an Klischees und so. Wahnsinnig. Ja. Es gibt ja auch eine Menge Klischees, die gar nicht stimmen. Aber Urlaub hat auch mit Völkerverständigung nichts zu tun. So wie wir durch die Gegend fliegen, müssten wir das toleranteste Volk der Welt sein. Tja, seit wir hier gesamtdeutsche Reisefreiheit haben, brennen die Asylantenheime. Das Gegenteil scheint der Fall. Das ist nur Konsum. Man konsumiert diese Länder, geht doch keiner in Urlaub wie Roger Wilhelmsen mit Mehrwert und kommt mit einem Buch zurück. Die meisten fliegen dahin, knallen sich zwei Wochen in die Sonne, kommen genauso doof zurück, wie sie hingeflogen sind. Ich verstehe es nicht. Ist mir schleierhaft. Gibt genug Klischees. Veganer sind lustfeindlich. Das wüsste ich aber. Nichtraucher sind Spaßbremsen. Leute, die kein Alkohol trinken, können nicht richtig feiern. Äh, Raucher können so toll kommunizieren, weil die haben ja eine Zigarette. Das ist unheimlich von Vorteil beim Sprechen. Warmduscher. Ja sicher warm, was denn sonst? Bin ich bei der Wehrmacht oder was? Schattenparker. Ja logisch, nur ein Vollidiot stellt seinen Wagen in die pralle Sonne. Ist so eine Kulturleistung, wenn du rauskriegst, dass Sonne wärmt. Ha? Ha? Porsche-Fahrer haben einen kleinen Schwanz. Schwachsinn. Ich zum Beispiel, ich hab gar keinen Porsche. Ha? 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 Nie gehabt. Solange ich zwei gesunde Hände hab, kommt mir kein Porsche ins Haus. Da fällt mir mein Lieblingswitz ein. Kommt eine Frau vom Einkaufen nach Hause und auf dem Heimweg springt ein Mann aus dem Gebüsch vor sie hin und reißt seinen Mantel auf und die Frau, ich hab die Schrimps vergessen. Ja, aber die Leute glauben auch an Klischees. Ja. Die Leute glauben auch, dass Haribo Kinder froh macht. Haribo macht die Haribo-Verkäufer froh. Äh. Und die CDU ist christlich. Äh. Und die Erde ist eine Scheibe. Äh. Und Wirtschaftswachstum schafft Arbeitsplätze. Äh. Die Sklaverei ist abgeschafft. Äh. Und Frauen sind gleichberechtigt. Äh. Und der Zitronenfalter faltet Zitronen. Äh. Und Campino ist ein Punk. Äh. Und Lee Harvey Oswald hat Kennedy erschossen. Aus drei Richtungen in sechs Sekunden. Lachen. 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 und sagen, wenn dich eine Sache nach zwei Minuten langweilt, dann mach sie vier Minuten lang. Wenn es dann immer noch langweilig ist, dann mach es acht Minuten lang. Und so weiter, bis du merkst, dass es gar nicht langweilig ist. Was erhofft man sich, was sich ereignen möge, außer man sich selbst? Geht ja nur um einen Selbst. Und du siehst ja, was rauskommt. Zorn. Die ganze Welt ist voller zorniger Leute. Zwischen Hogesa und Pegida passt eine Menge. Und die jungen Leute auf der Straße machen das mal eben klar. Von Sarrazin, da hast du jetzt Jahre nichts gehört. Der ist jetzt Geldzählen, der Sarrazin wahrscheinlich. Ja, fantastisch. Und das ist immer so. Diese alten Säcke mit Abitur, aber ohne Testosteron predigen den Zorn. Und die jungen Säcke ohne Abitur, aber mit Testosteron, die exekutieren das dann auf der Straße. Das ist der Generationenvertrag. Und der funktioniert. Funktioniert bestens. Ja, immer zu. Ja. Ja, man wertet dann die Leute ab. Man ist jetzt ganz erstaunt, dass man hier auf einmal Sachen zu bewältigen hat. Also, das schaffen wir auch. Ach, Frau Nahles sagt, wir brauchen bis 2018 für die Kriegsflüchtlinge wie viel? Sieben Milliarden? Das merken wir nicht mal. Sieben Milliarden geben wir, glaube ich, jedes Jahr für Schäferhunde aus allein. Für Haustiere. Wir geben jedes Jahr, allein für die Folgen von Übergewicht, geben wir jedes Jahr 30 Milliarden aus. Wir kennen immer nur die Zahlen, die die Politiker versemmeln. Unsere Zahlen, wie viel 50 Milliarden gehen uns durch Schwarzarbeit flöten jedes Jahr? Damit ist Griechenland locker finanziert. Mich würde auch mal interessieren, wie viel Jean-Claude Juncker an Steuergeldern eingesammelt hat aus Deutschland in den letzten 20 Jahren. Das würde mich mal interessieren. Wieso fragt denn kein Politiker und kein Journalist nach dieser Zahl mal? Wir wissen alle, dass wir den Griechen 87 Milliarden zu geben haben. Die kriegen wir aus der Portokasse bezahlt, wenn wir wollten. Aber die Zahl, die in Luxemburg versandet ist, Jean-Claude Juncker ist seit 1982, da war der Staatssekretär, glaube ich. Seitdem ist er da in der Machtelite. Die Zahl müsste er wie aus der Pistole geschossen sagen können. Da könnten wir uns Griechenland und Zypern und die Ukrainer aus der Portokasse leisten und noch fünf Drohnen, die funktionieren. Aber locker. Geld haben wir genug da. Das funktioniert alles ganz schnell. Ein wenig immer der Zorn steht uns so im Weg die ganze Zeit. Wir sehen doch, was in München passieren kann auf einmal. Es sind doch nicht immer irgendwelche Leute schuld. Wir können es doch machen. Immer die blöden Politiker, die blöden Banker, die blöden Journalisten. Immer die da oben, denen da oben den Spiegel vorhalten. Ja, aber das ist so wohlfeil. Das macht jeder Stammtisch. Das kostet auch nichts. Uns selbst den Spiegel vorhalten. Da ist Bewegung drin und da tut sich was. Denen da oben, das hat so was Vordemokratisches. Das kommt so aus der Feudalzeit. Man gibt denen auch uneingeschränkte Macht, wenn man dauernd den Fokus auf die legt. Wir sind doch der Souverän. Wieso entmachten wir uns dauernd? Her mit der Selbstermächtigung. Wir haben es doch in der Hand. Man kuschelt sich dann in so eine ohnmächtige Opferrolle rein. Und alle sind sich ja einig, dass die doch... Ich finde es toll, dass Sie sich das heute alles anhören, muss ich mal ehrlich sagen. Das finde ich super. Wir könnten uns heute so einen schlanken Fuß machen, oder? Ich watsche die alle ab, stellvertretend, diese ganzen Funktionäre, die sich im Übrigen alle vier Jahre wechseln und dann watsche ich die nächsten ab. Die blöde von der Leyen, der blöde Gauck, der blöde de Maizière und die blöde Merkel und wie der Steinmeier überhaupt aussieht und so. Und dann lachen wir alle und sind uns alle einig und fertig ist der verschwitzte Kabarettabend. Wem nützt das? Wo ist unser Anteil an der Misere? Der kommt mir immer zu kurz. Was die da oben falsch machen, das ist ja hinlänglich bekannt. Das steht ja in 17.000 Tageszeitungen jeden Tag. Was wir jeden Tag so verkacken, das steht in keiner Zeitung in der Regel. Wir haben doch Anteil an dem Ganzen. Das stimmt ja alles. Ich meine, was die da oben uns verarschen, das ist jetzt bekannt, seit Guttenberg den Buchdruck erfunden hat. Den gar nicht Guttenberg erfunden hat, sondern die Chinesen 600 Jahre vorher. Ja, aber die waren halt nicht aus Mainz. Ja, hier sind es doch. Die da oben. Ich meine, es geht doch gar nicht um Information mehr. Jeder Achtklässler kann sich für seine Hausaufgaben jeden Heckler-Kraus-Maffei-Wegenmann-Koch-Skandal mit Schießgewehren zusammengoogeln. Mit 30 Mausklicks hast du jeden Goldman-Sex-Skandal, jede schwäbische Hausfrau und jeder zornige Frustbeutel mit 70 kann sich jeden Pharma-Skandal und den ganzen Schwachsinn mit 30 Mausklicks zusammengoogeln. Das ist doch gar nicht mehr, das kennt doch jetzt jeder, das weiß doch jetzt jeder. Aber was ist mit uns? Wir haben doch gesehen, wie 2008 nach der Lehman-Pleite der Alan Greenspan, der Papst, der neoliberale Papst, da vor dem Senatsausschuss gesessen ist, wie so ein Schuljunge mit knallroten Ohren, hat sich in Grund und Boden geschämt und gesagt, er hat sich so getäuscht, eine Lebenslüge. Das Ganze war total falsch von hinten bis vorne. Das haben wir doch alle gesehen. Hat sich unser Verhalten seitdem geändert an der Börse? Also, wo sind wir bereit, ein Millimeter aus unserer sogenannten Komfortzone zu rutschen, weil wir ja da die Apparatschicks haben, die wir abwatschen können. Ich habe eine Talkshow gesehen, da sagte einer dieser Talker, sagte, ja, wie wollen wir denn die Zukunft jetzt irgendwie besser machen? Und jetzt fangen Sie nicht damit an, dass wir Bio-Lebensmittel kaufen. Wieso nicht? Natürlich. Wie wollen wir sonst anfangen? Man will immer gern den großen Bogen denken, ist aber nicht bereit, diese kleinen profanen Trippelschritte am Anfang schon zu machen. Was wollen wir denn? Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das funktioniert nicht mehr lange. Immer ist jemand schuld. Die Ackermänner, ja, dass die mit Mausklick Milliarden vernichten können. Ja. Wir wollten die Parteien nicht wählen, die Börsenumsatzsteuern einführen wollten. Wir haben Lafontaine und Wagenknecht und Gysi zehn Jahre lang abgewatscht in jeder Talkshow für die Forderung. Und für Mindestlöhne. Das haben wir alles nicht einführen wollen, ganz lange, bis heute. Man könnte diese Phantastiliaden melken, die so in Nanosekunden durch die Welt gehandelt werden. Wollen wir nicht. Die Parteien, die das wollten, sitzen jetzt in der Opposition und haben ein paar Minuten Redezeit. Pro Stunde. Also wir sind es doch. Ich verstehe es nicht. Immer ist jemand schuld. Wir machen uns das sehr einfach. Das ist mir immer zu wenig. Das ist immer einseitig. Stimmt ja alles. Kann man alles recherchieren. Aber wir finden wir gar nicht statt. Nur in Form von Zorn oder in Form von wunderbaren Begrüßungsapplaus. Dann am Münchner Bahnhof. Das ist ja wunderbar. Mögen wir uns das lange noch erhalten. Aber wir wollten doch die letzten 20 Jahre keine 3% Rendite und 5% Rendite. Wir wollten doch 15 und 25%. Kannst nicht dein Leben lang Fleisch essen und dann mit dem Gichtanfall den Metzger anzeigen. Das funktioniert nicht. Wie wäre es mit Erwachsenwerden? Das ist mir immer zu wenig. Und die Merkel ist an allem schuld. Seit 10 Jahren lese ich jetzt diesen Schwachsinn in allen Zeitungen. Die Merkel ist schuld an unserer Lähmung und an unserer Lethargie. Und dass wir so apolitisch sind. Was? Sie hat ja eine Zauberkraft, die Frau Merkel. Das ist ja ungeheuerlich. Und was stellen wir uns aus für ein erschütterndes Zeugen? Wenn wir uns von einer Frau Merkel lähmen lassen können. Was sind wir für weiche Eier? Verstehe das nicht. Man hat oftmals den Eindruck in Deutschland, dass die Leute im Grunde enttäuschte Demokraten sind. Im Grunde ihres Herzens Royalisten, die sich einen König wünschen, damit sie ihn doof finden können. Das ist so ein Obrigkeitsding, so ein Untertanending. Verstehe das nicht. Die Frau Merkel ist schuld, dass wir bei Amazon einkaufen und bei Starbucks Kaffee trinken. Und alle zwei Jahre das neue Samsung Gigaset. Giga-Dingsbums, wie heißen die? Galaxy kaufen. Und dass wir für 19 Euro dreimal im Jahr durch Europa fliegen zum Urlaub, ist die Frau Merkel auch schuld. Die Frau Merkel ist überhaupt an allem schuld. Die Frau Merkel ist auch schuld, dass wir nicht mehr zur Wahl gehen. Ja, Potztausend, da haben wir es doch. Endlich haben wir jemanden. Wegen der Merkel gehen wir doch nicht mehr zur Wahl. Das könnte uns so passen. Wir haben es gut, oder? Sind Sie auch so froh, dass Sie bei den Guten sind? Bin wahnsinnig froh. Bei mir hat der Zauber nie gewirkt, von Frau Merkel zum Beispiel. Ich gehe immer trotzdem noch zur Wahl. Ganz eigenartig, so eine Immunität. Komisch. Ja, ja, da kann man doch nicht mehr unterscheiden, die Parteien. Früher, da gab es Strauß und Wehner. Ja, aber das ist halt rum. Das ist halt rum. Ja, da gab es Schwarz-Weiß, Gut-Böse, Hell-Dunkel, Falsch-Richtig, Wir-Die. Das ist halt vorbei. Versuchen Sie heute mal irgendeinen Jogginganzug zu kaufen oder einen Dildo oder einen DVD-Player, der nicht aus irgendeinem elenden Polizeistaat kommt, mit dem wir ansonsten nichts zu tun haben wollen. Das ist halt vorbei. Den hätte man sich aber gerne noch erhalten, diesen Kindergeburtstag. Jetzt wundert man sich über den Clash of Cultures. Das war ganz schön. Haben Sie das mitbekommen? Hier, Spiegel, das war ganz toll vor ein paar Wochen. Hier sieht man diese Familien, wie die in so einer Kiste sind. Und hinten auf der Rückseite siehst du eine Familie, die eine neue Miele kriegt. Also die Anzeigenredaktionen. Das ist im Grunde das, was sich begegnet am Münchner Hauptbahnhof. Und wenn wir es nicht hinkriegen und weiterlesen, Deutschland schafft sich ab und nur über die schimpfen, das ist halt vorbei. Das ist von gestern. Merkel mache ich nicht verantwortlich für meine Trägheit. Überhaupt, das wäre noch schöner. Merkel ist schuld. Die Politik muss mal was machen. Das ist auch schön. Ja. Wir wären ja viel aktiver, heißt das doch im Klartext, wenn wir eine aktivere Kanzlerin hätten. Aber so? Nö. Glauben wir uns den Scheiß, den wir uns ins Ohr blasen seit zehn Jahren? Dann glaubt da einer dran. Das ist doch wohl nicht wahr. Und die unendliche Macht der Frau Merkel, verzauber dein ganzes Land. Dornröschen. Ja, wir haben die Metaphern längst, die bösen Stiefmütter und alles. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube es nicht. Einmal im Monat eine Jammer-Talkshow über Amazon und Starbucks und Apple, dass das Schweinesysteme sind, die die Leute und die Natur ausbeuten, kaum Steuern zahlen und unsere Einzelhändler gehen kaputt und unsere Buchhändler. Dann kauf halt nicht mehr bei Amazon. Lasset halt. Ja. Dann kommen aber sofort die Untertanen aus dem Gehölz und rufen, das nützt aber nichts. Erst muss man das Kartellgesetz ändern. Natürlich, das wäre sehr wünschenswert. Aber so wie ich uns kenne, kann das noch drei Legislaturperioden dauern, bis wir die Leute wählen, die das ändern wollen. Bis dahin kann man schon mal aktiv werden. Wenn man nicht einmal das macht, habe ich kein Mitleid. Und die ganzen Lkw-Staus mittlerweile, 24-7 Lkw-Staus mittlerweile, das ist ja ein Wahnsinn, Lkw-Staus. Ja, weil die deine Zalando-Schuhe durch die Gegend fahren, du Schnalle. Ja, verstehe ich nicht. Wir sind der Stau, oder? Haben die das nicht gerufen in Leipzig 89? Ja. Das war prophetisch. Ja, klar. Ja, klar. Und jetzt sieht man, was für ein Stau da ist. Die Ungarn tun einem auch leid, langsam. Das muss bitter sein, oder? Wenn du Ungar bist und immer weißt, die Leute, die zu dir ins Land kommen, wollen alle nicht bleiben. Die wollen durch. Wie scheiße ist das denn? Und das war immer so. Schon die Ossis wollten nur über Ungarn schnell nach Westdeutschland. Wie fuck, oder? Oh no. Gruselig. Ja. Und wir haben hier reichlich zu tun. Immer ist irgendwas. In der Buchhandlung meines Vertrauens in Essen, wo ich immer gerne bin, da ist auf der Kundentoilette so ein Aufkleber drauf. Da steht drauf, dies ist eine Toilette für unsere Kunden. Kunden von Amazon, gehen bitte bei Amazon auf die Toilette. Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr toll. Ja, das geht irgendwie. Irgendwie kriegt man es hin. Aber wir haben da noch so eine Rhetorik drauf. Ja, dann wird es auch nicht besser. Dann nennt man Leute sozial schwach. Die sind doch nicht sozial schwach, die sind ökonomisch schwach. Meiner Erfahrung nach sind oft die ökonomisch starken sozial schwach. Das ist so eine Brutalität schon in der, es wird so abgemeiert. Ja, und nach zehn Jahren dieser Hassdiskussion haben die Leute nur noch Milchbrei im Kopf. Auf der Straße sagte einer zu mir, Herr Räther, wissen Sie, was hier unser Problem ist? Wir bauen den Juden zu viele Moscheen. Ich sage, hey. Ich sage, super. Ich sage, vielen Dank fürs Gespräch. Ist doch nicht lustig. Das verrutscht den Leuten alles. Nach zehn Jahren haben wir genau das, wir haben genau davor gewarnt, genau das passiert. Das rutscht den Leuten einfach alles weg. Die erzählen tolle Sachen, die Leute. Meine Buchhändlerin sagte zu mir, neulich war einer da, der hat gesagt, er hätte gern den Kafka in einer guten deutschen Übersetzung. Neulich war einer da, der hat gesagt, er hätte gern einen Globus vom Ruhrgebiet. Ist das nicht schön? Und das sind normale Leute. Die dürfen auch wählen. Die haben auch Kinder, denen sie die Welt erklären müssen. Willst du wissen, wo Bochum ist? Moment, ich hole mal meinen Globus vom Ruhrgebiet. Super. Man merkt das gar nicht. Und die stehen unter Umständen neben dir an der Supermarktkasse. Und du hast keine Ahnung, dass sie nur Sauerkraut im Kopf haben werden. Ja, wählen musst du. Wählen musst du. Wählen ist wie Zähneputzen. Wenn du es nicht machst, wird es braun. Ja, das geht ruckzuck. Ja. Guck mal in Frankreich. Immer das gleiche Spiel. Und dann, wenn du nicht einverstanden bist mit diesen Zuständen, da gibt es einen Füllhorn von diskreditierenden Begriffen. Von Gutmensch bis Heulsuse, Pazifist, Heul doch, du Opfer. Was weiß ich, Moralapostel, moralischer Zeigefinger, Moralinsauer. Auch so Alt-68er-Kampfbegriffe, die überhaupt nicht mehr verfangen, die überhaupt nicht mehr adäquat sind. Geht doch nicht um Moral. Früher waren die Begriffe wichtig in den 60ern. Da gab es die Moralapostel, die Pastoren oder was, die gesagt haben, kein Sex vor der Ehe, sonst kommst du im Pflegefeuer drin rein. Da war das noch wichtig, aber darum geht es doch heute nicht mehr. Das ist doch absurd, nicht bei der Information und der Reflexion, die wir haben. Das kann doch nicht wahr sein. Moral ist das alte Denken. Moral ist relativ leicht zu haben. Die kommt meistens von oben, da hat dann Gott, Jesus und Moses und so und dann hast du hier die zehn Verbote von Moses und dann lalala und dann Schuld und Sünde und Strafe und verkehrt und fühl dich scheiße so. Und das ist Moral, das war das alte Denken, Religion. Moral galt jahrhundertelang nur einem Zweck, nämlich Selbsterfahrung zu verhindern. Das ist doch nicht mehr der Fall. Spätestens seit Freud oder seit Voltaire und Lessing oder wann setzt man das an ungefähr oder heute dieses Jahr sowieso, ist doch nicht mehr Moral das Ding. Moral ist zu einfach und zu schlicht. Es geht um das Gegenteil, um Verantwortung, um Selbstverantwortung. Und das ist ungleich schwerer. Da musst du was in die Waagschale werfen. Bei dem anderen hältst du dich an Regeln, die so alt sind. Vieles ist ja ganz gut, aber das ist zu einfach, das ist zu läppisch. Es geht nur um uns und um die Aufregerei. 200.000 Leute haben den Lanz doch angefurzt. Wissen Sie noch letztes Jahr eine zornige Petition gegen diesen Lanz, dass das eine frivole, vulgäre Kack-Talkshow ist und das ist so ein Flegel der Lanz. Wissen Sie noch, was da los war? 200 zornige mit Schaum vorm Mund. Ja, das ist der Hammer. Dann sagten die, für 17,50 Euro GEZ-Gebühr erwarte ich aber Niveau. Und dann schalten sie Lanz ein. Ich meine, die Leute übernehmen nicht einmal mehr Verantwortung für ihre eigene Fernbedienung. Was machst du mit so Leuten? Dann guckt doch irgendwie Arte oder Phönix oder sowas. Da hast du Niveau 24-7, das gibt es in der ganzen Welt nicht. Kriegen wir frei Haus geliefert. Da hast du aber die BBC in ihren guten Momenten kommt an das Arte-Niveau. Ich gucke so gerne Arte. Sie auch? Das ist Wahnsinn. Ich komme mir da immer so doof vor bei Arte. Sie sich auch? Ich genieße das ungemein. Da gibt es immer Leute, die viel kosmopolitischer sind als ich. Die viel mehr Sprachen können und viel mehr Bücher gelesen haben. Die Sachen erzählen, von denen ich noch nie gehört habe. Das ist fabelisch. Ich fühle mich so blöd. Wenn man dann auf Privatsender, da fühlt man sich immer so schlau gleich. Es ist so, ah, furchtbar ist das. Da habe ich dann Mitleid und denke dann, ach, der arme Willi und so. Dann kommt so eine innere Überheblichkeit. Das will ich überhaupt nicht. Dann schalte ich schnell auf Arte wieder. Dann fühle ich mich wieder doof und klein. Das ist so angenehm. Ja, aber die Leute wollen aber das Niveau nicht von Arte. Die wollen das von Lanz haben. Ja, ins Schwimmbad gehen und dann den Bademeister anfurzen, weil das Wasser nass ist. Das geht halt nicht so richtig. Ja, funktioniert nicht. Wir holen uns die innere Balance im Ayurveda-Urlaub in Indien und den Rest des Jahres jammern wir über die schlechte Ökopolitik von Frau Merkel. Wer nach Indien fliegt zur inneren Balance, der hat den Rest des Jahres über Ökologie nicht mehr zu sprechen. Oder wollen wir beides haben? Wollen wir beides dürfen, alles dürfen und gar nichts müssen? Das funktioniert halt so nicht. Überhaupt nicht. Wir bauen uns dann immer einen zurecht. Wir finden auch Pelzmäntel doof. Wir tragen nämlich Daunenjacken. Weil die ja am Daunenbaum wachsen. Ich kenne tatsächlich Leute, Bekannte von mir, die sind vom Ayurveda-Urlaub aus Indien, die haben das per Internet mitbekommen, sind die direkt zu Stuttgart 21 geflogen und haben für den Erhalt von Platanern demonstriert. Ist das nicht fabelhaft? Haben gerade sieben Tonnen CO2 rausgeballert, um sich warmes Öl auf ihre hohle Birne laufen zu lassen. So toll. So super. Ey, was machst du mit so einer Gesellschaft als Politiker? Da bist du fertig. Da kannst du nur noch essen wie Gabriel. Zum Verzweifeln. Wir setzen nicht an irgendwie. Und wir haben alles in der Hand. Ich habe das Gefühl, je mehr Informationen wir haben, desto träger und zynischer und läppischer und indolenter werden wir. Ja, Herr Räther, wenn es kein Fleisch mehr gibt, dann esse ich halt Veganer. Der Witz funktioniert eine Sekunde und danach wird es bitter. Was hinterlassen wir unseren Kindern in 30, 40 Jahren? Hier habt ihr einen Wüstenplanet und einen lustigen Veganer-Witz. Guckt, was ihr draus macht, ihr Arschgeigen. Wir sind da mal weg. Das ist aber läppisch. Mehr fällt uns nicht ein. Verstehe das nicht. Die Sachen sind ja bekannt. Bleiben völlig folgenlos offensichtlich. Wir wollen auch noch Kinder kriegen. Und auch in Urlaub fliegen. Und auch grillen. Während wir mit unseren Kindern grillen, grillen wir ihnen die Zukunft weg. Guck mal hier, Kleiner. Das ist deine Zukunft, die wir gerade grillen. Mit Senf. Erklären wir das den Kindern, dass jeder dritte Liter Wasser in die Massentierhaltung geht. Dass für ein Kilo Rindfleisch 15.000 Liter Trinkwasser benötigt werden. Sagen wir das den Kindern, wenn wir grillen mit ihnen, dass das jetzt ihre Zukunft gewesen wäre. Das wäre dein Preis gewesen. Gucken wir uns jetzt noch die nächsten 30 Jahre verzweifelte Milchbauern an. Seit ich Kind bin, sehe ich verzweifelte Milchbauern, die ihre Milch wegkippen. Wollen wir uns die weiter angucken, die verzweifelten Geflügelzüchter. Die nächsten 30 Jahre. Und die verzweifelten Schweinezüchter. Und die Tiere sind verzweifelt. Alle bedauern sich gegenseitig. Wollen wir uns jetzt noch 30 Jahre bedauern? Oder machen wir mal einen Cut und befreien diese Geflügelzüchter endlich von der Tierhaltung. Und diese Milchbauern endlich von der Tierhaltung. Und die Schweinebauern endlich von der Tierhaltung. Was wollen wir? Wie wollen wir es machen? Und die Politiker sind auch verzweifelt. Die sind eingekeilt zwischen der Fleischlobby und der Pharmaindustrie, die das alles hinrichtet. Die multiresistente Keime produziert und das Trinkwasser ruiniert. Die Regenwälder abholzt. Und den gierigen Leuten, die das Fleisch dauernd haben wollen, rund um die Uhr, wie Wasser aus dem Wasserhahn. Und auf der anderen Seite zwischen den Wissenschaftlern, die längst sagen, wir müssen endlich aufhören, Fleisch zu essen und Tiere zu halten. Dazwischen stehen die Politiker und müssen es den Leuten recht machen. Und alle sind verzweifelt. Wollen wir jetzt gemeinsam weiter verzweifelt bleiben? Verstehe ich es gerade gar nicht. Jeden Tag eine Fläche von Köln vernichten wir an Regenwald. Man hört dann immer ein Hektar Regenwald hat mehr Arten als der ganze europäische Kontinent. Eine Fläche von Köln vernichten wir täglich. Jeden Tag. Der ist bald weg. Und wir wissen, was da dran hängt an Wetter und an Zirkulation. Wieso bestürzt uns das nicht? Das müsste unser Morgen- und unser Abendgebet sein. Und dann kommt lange nichts. Und dann kommen Kriege und Flüchtlinge und Religionskriege und Bankendings und alles. Das ist alles nichts dagegen, dass uns gerade die Biosphäre auseinander bricht. Und es wird passieren, dass die UNO das verbietet. Weil die Politik soll es ja richten, höre ich immer. Die Politik muss was machen. Wir machen es ja nicht freiwillig. Also wird die UNO eines Tages den Kaffee auch aufhaben und sagen, so liebe Fleischlobbyisten, es hilft jetzt nichts. Die halbe Weltkugel ist jetzt fertig. Wir müssen es jetzt verbieten. Und die wird dann per Reuters und per DPA so einen Ticker rausgeben. Irgendwann in 20 Jahren oder in 25 oder in 30. Viele von uns erleben das bestimmt noch. Liebe Leute, ab nächsten Ersten, Fleisch und Fisch sind aus. Für 20 Jahre oder so. Das wird kommen irgendwann. Weil wir es freiwillig nicht machen. Ihr habt jetzt seit 40 Jahren gesehen, schon Jacques Cousteau und Heinz Sielmann haben euch das gezeigt, dass die Schleppnetzfischerei die Weltmeere abfuckt. Heute erklärt euch dasselbe immer noch Hannes Jennecke und Ranga Yogeshwar. Und weil ihr nichts gemacht habt in der Zwischenzeit, ist der Fischbestand abgefuckt. Die Meere sind kaputt. Die Urwälder sind platt. Die Sachen sind ausgerottet. Und der Fischkonsum ist exponentiell nach oben geschossen. Also verbieten wir jetzt den Fisch einfach mal für 20 Jahre. Man kann ja die ganz armen Länder, die ausschließlich Fisch haben zum Leben an der Küste, kann man ja per Gesetz rausnehmen. Die schädigen aber auch das Ökosystem ja nicht. Das wird man machen. Vorher passiert nichts freiwillig. Oder irgendeine Bundesagrarministerin oder ein Kanzler wird durch multiresistente Keime zwei seiner Enkeltöchter verlieren. Dann ist der Aufschrei groß. Dann gibt es 17 Talkshows und dann muss man genau wie jetzt mit den Flüchtlingen Hals über Kopf, Hoppel, die Hoppel, irgendwas zusammen nieten und das Fleisch verbieten. Dann wird das noch unter dem Tisch verkauft wie Drogen heute. Anders funktioniert es nicht. Wir werden das genau erleben. Erst müssen uns flächendeckend Kindergärten aussterben hier durch multiresistente Keime, bevor wir das endlich... Und dann hören auf einmal die Milchbauern auf. Die wollen ja ihr Land auch nicht vernichten, die Bauern. Die sind doch am Anschlag. Die müssen ständig pflügen und wieder verdichten. Die oberste fruchtbare Schicht ist vollkommen ruiniert. Und pflügen und verdichten und wieder mit dem Trecker drüber verdichten. Und das Zeug wächst nur, wenn du es düngst und Pestizide und düngst und Pestizide. Wollen wir das jetzt noch weitermachen? Oder haben wir die ganzen Informationen jetzt gesammelt und hören auf damit? Es wächst nichts mehr. Kein Kleinlebewesen mehr im Acker und gar nichts. Und dann können wir uns um Banken kümmern und um sonst was. Was interessiert mich ein reguliertes Bankensystem, wenn sich unsere Mentalität nicht ändert und wir weiter ein Volk von gierigen Schnäppchenjägern bleiben? Das ist das Problem, was wir haben mit der Ökologie. Ich habe im National Geographic eine Metastudie gelesen letztes Jahr. Da haben sie mal alles zusammengerechnet, was dann Energieverbrauch nötig ist. Da haben sie gesagt, von 100 Kalorien, die wir in die Geflügelzucht stecken, bleiben 13 Kalorien für den Hühnerfleischesser übrig. 87% ist vernichtet. Von 100 Kalorien in der Schweinezucht bleiben für den Schweinefleischesser 10 Kalorien übrig. 90% vernichtete Energie, die alles hinrichten. Die Märkte kaputt machen in Afrika, sodass die Leute vor Elend herkommen müssen. Von 100 Kalorien, die du in die Rinderzucht steckst, bleiben für den Rindfleischesser 3 Kalorien übrig. 97% der Energie ist vernichtete Energie. Jedes Unternehmen, was so arbeiten würde, würde sofort abgewickelt werden. Die dürften nicht einmal ihre eigenen Quartalszahlen schreiben, die ersten. Aber dieses Unternehmen wird mit Milliarden subventioniert. Wir verzweifeln, werden krank und unsere Grimme-Preisträger machen auch noch die Beine breit für McDonalds. Das kann nicht mehr sein. Was? Schon vorbei die Zeit? Verdammt! Ich habe noch nicht mal angefangen. Sehen Sie, deswegen bin ich so ungern und so selten im Fernsehen. Du kommst zu nichts. Ich wünsche einen schönen Abend allerseits. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.